Wladimir Aleksandrovich Suchomleinau war General der Kavallerie in der russischen Armee und Kriegsminister. Leben! Suchomleinau absolvierte 1867 die Nikolaevsko-Jel-Kavallerie-Schule in St. Petersburg und wurde ins Laipulanen-Regiment aufgenommen. 1874 absolvierte er die Akademie des Generalstabs. Im russisch-türkischen Krieg 1877-78 diente er im Stab des Großfürsten Nikolai Nikolaevich. Ab 1878 lehrte er an der Akademie des Generalstabs. 1884 wurde er Kommandeur des Pavlogreder-Leibdregener-Regiments und leitete von 1886 bis 1897 die Kavallerie-Offiziers-Schule in St. Petersburg. 1897 Kommandeur der 10. Kavallerie-Division 1899 wurde er unter Mikael Dragomiro Stabschef, 1902 stellvertretender Befehlshaber und 1904 Befehlshaber des Kiva-Militärbezirks. Im Dezember 1908 wurde er zum Chef des Generalstabs ernannt und übernahm im März 1909 den Posten des Kriegsministers von Alexander Rediger. In seiner Amtszeit wurde das Fliegerkorps aufgestellt und eine militärische Spionageabwehr eingerichtet. Innenpolitisch bestand zwischen Sochum Linow und dem Finanzminister und Ministerpräsidenten Kokow so eine dauernde Rivalität um die Finanzierung der Armee. Die russischen Kriegspläne wurden in seiner Amtszeit als Kriegsminister auf eine Auseinandersetzung mit Deutschland als Hauptgegner umgestellt. Sochum Linow's Planungen von 1910 sahen im Gegensatz zu Forderungen Frankreichs eine Aufstellung der russischen Armeen im Hinterland und nicht in der Nähe der westlichen Grenzen zu Deutschland und Österreich-Ungarn vor. Sochum Linow vertrat einen sehr konservativen militärstrategischen Standpunkt und war der Ansicht, die Methoden des Krieges hätten sich seit der Zeit des russisch-ausmanischen Krieges nicht verändert. Angeblich brüstete er sich 1914 damit, seit über 25 Jahren keine militärische Fachzeitschrift mehr gelesen zu haben. Während der Julikrise 1914 versicherte er dem Zaren Nikolaus II, die russische Armee sei für einen gleichzeitigen Krieg gegen Deutschland und Österreich-Ungarn ausreichend vorbereitet. Nach Beginn des Ersten Weltkriegs und der deutschen Abwehr der russischen Offensive in Ostpreußen 1914 stellte sich aber heraus, dass dies keineswegs der Fall war. Sochum Linow wurde vorgeworfen, Kriegsdauer und Munitionsbedarf falsch eingeschätzt und die Vorkehrungen für einen ausreichenden Nachschub vernachlässigt zu haben und dadurch für den Fehlschlag der Frühjahrsoffensive 1915 verantwortlich zu sein. Dies führte nach massivem Druck auf den Zaren aus Armeekreisen und von Oberbefehlshaber Großfürst Nikolaj Nikolaevich zu seiner Entlassung als Kriegsminister im Juni 1915. Sein Nachfolger wurde Alexei Polivanov. Im Juli wurde er vorübergehend inhaftiert, nachdem einige seiner früheren Mitarbeiter, darunter der Oberst Sergei Miasoyedo, wegen Spionage für Deutschland verurteilt worden waren. Im gleichen Monat stimmte die Duma mit großer Mehrheit für die Aufnahme einer formellen Untersuchung gegen Sochum Leinau aufgrund des Vorwurfs nachlässiger Amtsführung und möglichen Verrats. Im März 1916 stimmte der Zar der Anklageerhebung vor einem Kriegsgericht zu. Sochum Leinau wurde im Mai verhaftet und in der Peter Pauls Festung untergebracht. Im Juli wegen eines Nervenleidens in einer Anstalt eingewiesen und im Oktober auf Anordnung des Zaren unter Hausarrest gestellt. Nach der Februarrevolution 1917 durch die provisorische Regierung erneut verhaftet, wurde er von Vorwürfen der Spionage und des Verrats freigesprochen, aber im September d.j. wegen der gravierenden Mängel bei der Vorbereitung der Armee für den Krieg zu lebenslanger Haft verurteilt. Aufgrund einer Altersamnestie wurde er im Mai 1918 von den Bolschewiki freigelassen und emigrierte über Finnland nach Deutschland, wo er 1924 seine Memoieren publizierte. Bekannte sowjetische Historiker wie Cornelius Schatzelow und Viktor Gilensen stellten aufgrund detaillierter Recherchen in Archiven und Bibliotheken Fest, dass die Anklage gegen Suchom Leinau und seinen wichtigsten Belastungszeugen Miasojeto wegen Spionage zugunsten Deutschland von Anfang an fabriziert worden war. Film Suchom Leinau, den 1918 Regie Kurt Matul mit Bodo Serb in der Hauptrolle.